Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft, noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der Redaktion. Servus und Hallo zur Februar-Ausgabe und damit mittlerweile 30. Folge von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Mein Name ist Ramon Kadell. Ja, einer meiner guten Vorsätze zum neuen Jahr war ja nicht mehr über die IT aufregen und es klappt noch ganz gut, Stichwort Resilienz. Aber wenn ich Sie jetzt frage, wer kümmert sich eigentlich bei Ihnen um die IT? Und die Antworten lauten mal so, mal so, ich selbst oder gar der, der besonders schnell auf dem Smartphone tippen kann, dann sollten Sie vielleicht über die IT-Verantwortlichkeiten im Betrieb intensiver nachdenken. Denn einen modernen digitalen Betrieb einzurichten und zu warten ist gar nicht mal so einfach. Es braucht dafür Zeit und vor allem Know-how. Aber wer nimmt sich dem Thema an? Brauchen Sie externe Hilfe oder vielleicht sogar einen eigenen ITler? Reicht es aus, den IT-affinen Kollegen zu bitten oder brauchen Sie etwa einen Profi? All diese Fragen geben unserer Autorin Mia Pankoke in ihrem Beitrag in der Februar-Ausgabe ausführlich auf den Grund. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Irmela Schwab, die die Story betreut hat. Und ich gebe die Frage von eben gleich mal weiter. Was ist denn die ideale IT-Besetzung für einen Handwerksbetrieb? Ja, gute Frage. Hallo Ramon. Das kommt jetzt mal ganz auf die IT-Ausstattung und auf die Mitarbeiter und auf die Betriebsgröße an. Und wir haben in unserem Beitrag sowohl die internen Modelle, wo der Chef oder ein Mitarbeiter die IT steuert, als auch das Modell externer Dienstleister angeschaut. Und herausgekommen ist, dass sich für kleinere Betriebe vor allem lohnt, auf externe Anbieter zu setzen. Das ist eigentlich schon recht sinnvoll. Das werden wir gleich noch erörtern. Ich nehme mal an, der Markt der externen Dienstleister ist groß und wie so oft leider auch unübersichtlich. Woran können sich interessierte Betriebe denn orientieren? Ja, der Markt ist in der Tat groß und regional aufgestellt und deswegen auch kaum abzubilden, auch weil ständig neue Anbieter hinzukommen. Wir zeigen jedoch in einem Überblick, was die generellen Möglichkeiten und Angebotsformen sind, auf die Betriebe zurückgreifen können und für wen sie sich genau eignen und was jeweils die Vor- und Nachteile sind. Preislich sind da sicher Unterschiede zwischen den Dienstleistern und vielleicht sogar große Unterschiede. Mit was muss ich als Chefin oder Chef denn rechnen? Auch das ist wieder sehr unterschiedlich, kommt auf den Umfang der Dienstleistungen an. Aber man kann ganz generell sagen, dass es bei einem zweistelligen Euro-Betrag im Monat losgeht und dann ist oben natürlich alles offen. Das ist wahrscheinlich sehr sinnvoll investiertes Geld. Wenn ich jetzt als Unternehmer sage, das kann ich doch allein, wie hilfreich ist es, alles selber machen zu wollen? Ja, das ist dann wirklich nur denjenigen zu raten, die sich wirklich gut mit IT auskennen und sich permanent mit Updates und auch die neuesten Sicherheitsvorkehrungen beschäftigen. Da gibt es ja derzeit auch wieder eine ganze Reihe. Das liegt an der Cyberkriminalität, die aktuell so zunimmt immer noch. Und da gibt es wirklich sehr viel zu tun. Wir haben im Beitrag mit Roxanne Greite von der Firma TR Wohnkonzept in Königslutter an der Elm gesprochen und die managt die IT mit einer Handwerkersoftware und der hat auch eine Public Cloud und damit fährt sie ganz gut. Also das ist gerade kleinen Betrieben wirklich anzuraten, dass sie das nicht ganz alleine stemmen. Denn eben wie gesagt, Cyberkriminalität steigt ständig und da ist es dann sinnvoll, eine Software hinzuzunehmen. Und da kann man dann auch Services noch dazu abonnieren, wo man eben die ganzen Updates und Sicherheitsvorkehrungen getrost jemand anderem überlassen kann. Also entweder die Profi-Software oder eben doch besser einen Profi engagieren. Wie sinnvoll ist es denn, einen eigenen ITler zu beschäftigen? Da ist die Kompetenz halt einfach im Haus, oder? Ja, das ist natürlich so der Königsweg, einfach jemanden einstellen, der das dann alles managt. Das lohnt sich sicherlich dann auch vor allem für die größeren Betriebe, die wirklich sehr viel komplexe Abläufe haben und sich dann natürlich auch so ein ITler richtig auszahlt, weil der hat dann natürlich alle Hände voll zu tun. Für kleinere Betriebe denke ich nach wie vor, da ist die solide Softwarelösung am besten. Ja, klingt überzeugend. Wenn ich mir jetzt allerdings noch unschlüssig bin, welches Konzept für meinen Betrieb am besten passt, an wen kann ich mich denn wenden? Welche Experten können mir da vielleicht auch direkt in der Praxis Hilfestellung geben? Hier helfen natürlich wie immer Beratungsangebote der Handwerkskammern, aber es gibt auch gute selbstständige Unternehmensberater wie Manuel Mea, der selbst Handwerker ist und die IT ja auch gerne selbst betreut bei sich im Betrieb und auch anderen da gute Ratschläge geben kann und ja da zahlreiche Handwerksbetriebe berät. Gut, also es gibt doch auch Hilfe zur IT-Hilfe. Bleibt mir jetzt nur noch die Standardfrage zu stellen, die ich ja immer stelle, du kennst das schon, in zwei Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag im Heft unbedingt lesen? Also weil es zur Digitalisierung eines Betriebs heute längst mehr als eine Website benötigt oder eine digitale Buchhaltung. Es gibt ja immer mehr Drohnen und bis auch hin zum smarten Lager. Da haben digitale Anwendungen wirklich einiges zu bieten, das alles zu managen und dafür ist eben eine funktionierende, professionelle IT absolut unumgänglich. Ja, herzlichen Dank dir, Irmela. Eine IT-Abteilung oder IT allgemein nervt natürlich ab und zu, aber ohne ist es nicht nur nervig, sondern auch gefährlich. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und kümmern Sie sich um Ihre IT. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin.